Jetzt ging alles ganz schnell. Kurz nachdem Healthy Mandy ihren Follower mitteilte, dass ihr Kind am 6. Mai per geplanten Kaiserschnitt zur Welt kommen soll, hieß es, dass es doch früher als gedacht soweit ist. Am 3. Mai wurde ihr Nachwuchs nun geboren. Und sowohl dem Kleinen als auch der Mutter geht es sehr gut. Schon am Sonntag durften die beiden aus dem Krankenhaus nach Hause. Die 29-Jährige und Ehemann Fitness-Oscar sind überglücklich. Auf Instagram postete das Paar einen Zusammenschnitt, in dem man immer wieder sieht, wie emotional und ergriffen sie von den Ereignissen sind. Zu dem Video schreiben die glücklichen Eltern, Auf diesen Moment haben wir jahrelang gewartet. Die beiden blicken zurück auf eine Zeit, in der sie immer wieder ins Krankenhaus mussten, mit Mandy Eizellen entnommen und untersucht wurden, bevor sie künstlich befruchtet wurde und der Schwangerschaftstest endlich positiv war. Jetzt sind alle überglücklich.